Hallo meine Hübschen, ich melde mich gleich heute das zweite Mal. Eine Friedenskonferenz in der Schweiz findet statt, Mitte Juni am 15. und am 16. Genauer gesagt, am Vierwaldstättersee, wo er immer da ist, jedenfalls liegt er in der Zentralschweiz. Russland hat seine Teilnehmer schon abgesagt, dafür kommt vielleicht schon Biden. Und andere Staaten des globalen Südens, worauf auch China dazu gezählt wird, wobei ich denke, dass China im Osten liegt und nicht im Süden, aber ist ja auch egal. Jedenfalls hat Russland abgesagt und wird deswegen auch nicht teilnehmen. Und ob dann wirklich ein völkerrechtsbasierender Friedensprozess damit angeregt werden kann, mag ich stark zu bezweifeln. Daher bezweifle ich auch, dass diese Friedenskonferenz die vom Irrmaier vorhergesagt ist. Aber was denken ihr da dazu? Sagt es mir mal unten in die Kommentare. Tüüüüü. Bis zum nächsten Mal.